So, hallo, Livestream-Ankündigung. Ich hoffe, die Zeit passt. Ich hoffe, der Tag passt euch auch. Diesen Mittwoch nicht. Mittwoch streamt der Emi wieder SMW. Da unbedingt den Emi gucken. Ansonsten, ja, ihr lest es ja Donnerstag gegen 19 Uhr. Wir werden vermutlich, ich mach das mal so, warte mal. Da, die Klammer kann weg. Die Klammer bei Juskis-Fru, die bleibt jetzt erstmal. Da bin ich mir nicht so sicher. Wir werden auf jeden Fall hauptsächlich WIP 2 spielen und vermutlich eben auch Isaac. Wir können jetzt auch wieder ein bisschen länger machen. Ich hab am nächsten Tag nicht sofort in der Früh irgendwas. Und Toho 8, je nachdem, ob die entsprechenden Leute da sind. Ja, das wär's, glaube ich, gewesen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke.